Moin Moin, mein Name ist Stefan Peter von der Firma Thomas Elektronik aus Hamburg. Ich möchte euch heute einmal kurz das Samsung Evolution Kit 2015 zeigen und dieses habe ich hier auch schon ein wenig vorbereitet. Wir haben einmal das Kartonschill leer und hier ist das besagte gutes Stück und zwar ist das das Evolution Kit. Man hat hier an der Seite ein paar Anschlüsse und zwar USB 2.0, Ear-Out und einen digitalen Ausgang. Dann hat man hier die Anschlüsse hinten, zweimal CI-Slot, F-Stecker für Satellitenempfang, das in Twin-Ausführung, Kabelanschluss, dann USB 3.0, 4 HDMI 2.0 Anschlüsse, also alle 4K fähig, dann Komponent AV 1 oder Ausgang und dann hat man auch hier nochmal die Möglichkeit der externen Link und Verbindungskabel für WAN Connect Box und selbstverständlich dann nochmal der LAN Anschluss. Die Box ist in Silber gehalten und dann nochmal das Zuhör dabei, einmal hier die Pointer Fernbedienung, Verbindungskabel, Systemkabel zum Fernseher hin, Komponenten bzw. Audio Ausgang bzw. Eingang und logischerweise Batterien für die Fernbedienung. Was kann man mit diesem UHD Evolution Kit erreichen? Und zwar ihr könnt eure UHD Fernseher der F oder auch HU Serie, also UHD TV's, absetten auf die heutige Generation der JU Serie, sprich halt eben Octopro Prozessor, Tizen oder Tizen, Betriebssystem, also alle Neuerungen, die bei dem neuen System drin sind, sind hier auch alle in diesen kleinen Kästchen einfach nur anschließend fertig. Apo anschließend dazu noch ein kleiner Hinweis, bevor ihr diesen Anschluss tätigt, unbedingt ein Software-Update eures Fernsehers vornehmen und erst dann bitte diese Box anschließen. Ja, falls ihr mal Fragen habt, könnt ihr ganz gerne anrufen oder halt eben uns eine E-Mail schreiben oder kommt der Antwort vorbei, ist auf einmal Thomas Elektronik. Mein Name ist Stefan Peter und natürlich unsere Mitarbeiter sind natürlich auch noch für euch mit anschmeckbar. Also bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.